Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Netflix-Woche-Talk. Mein Name ist Hadne Tesfal. Moderatorin, Journalistin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte. So, und mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, Autor, Journalist und TV-Kritiker, nicht nur meines Herzens, sondern der ganzen Netflix-Woche-Community und Gemeinde. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und zum krönenden Abschluss unserer dritten Staffel haben wir es uns nicht nehmen lassen, und ich sage das und meine das total ernst, einen der besten Schauspieler Deutschlands einzuladen. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch die vielen, vielen Preise, die er schon im Laufe seiner Karriere gewonnen hat. Ich sage das auch. Ich bin begeistert, dass Matthias Brand heute bei uns zu Gast ist, der in King of Stonks, einer Netflix-Produktion von der BTF, eine Rolle spielt, über die wir gleich sehr ausführlich sprechen werden. Hallo Matthias, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das könnte Komplikationen geben wegen der Vornamen, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Wir kriegen das hin. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Was für eine schöne Begrüßung. Hallo. Ja, ne? Matthias Brand, Jahrgang 1961, das darf man auch noch sagen, in West-Berlin geboren, aufgewachsen in Bonn. Du hast deine Ausbildung in Hannover gemacht, deine Schauspielausbildung. Hast dann wahnsinnig viel Theater gespielt. Du bist, wenn man so will, relativ spät zu Film und Fernsehen gekommen. Ich glaube, deine erste große bekannteste Rolle war die des Günther Guillaume in dem Fernsehfilm Im Schatten der Macht. Dann hattest du große Jahre als Hans von Meufels im Münchner Polizeiruf 110. Auch da 800 Preise. Ich weiß nicht, wie viel du da gewonnen hast. Noch ganz kurz zu King of Stones. Das ist eine Miniserie, sechs Folgen, ab Mittwoch, den 6. Juli auf Netflix zu sehen. Und es geht um Folgendes. Felix Armand, der will ganz nach oben, er will CEO vom größten Fintech-Unternehmen Europas werden. Aber schon während des Börsengangs fliegt ihm alles, alles um die Ohren. Und da gibt es viel, was ihm um die Ohren fliegen kann. Geldwäsche, Anleger-Täuschung, Internetpornografie und noch vieles mehr. Und während er sich um gleichzeitig alles kümmert, steht dann noch sein größenwahnsinniger Chef Magnus im Rampenlicht. Der wird gespielt von dir, lieber Matthias. Und ganz nebenbei verliebt sich dann Felix auch noch in genau die Frau, von der er sich am dringendsten fernhalten sollte. Nämlich die Short-Sellerin Sheila Williams. So, das ist das. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ja, also wir haben vorhin schon im Vorfeld über journalistische Integrität gesprochen. Hat eine Testwahl, meine Damen und Herren, hat eine Rolle in Klingelstocks. Eine kleine Rolle. Eine kleine Rolle. Du spielst eine Nachrichtensprecherin. Ihr seid euch aber am Set nie begegnet. Nee, das muss man noch dazu sagen. Das muss man der Vorständigkeit halt sagen. Wenn man Matthias Brand mal, ja wie soll man sagen, in einer überbrodelnden Wahnsinnsrolle sehen will, wo nicht nur getanzt, gesungen wird, sondern wo du auch teilweise mit Hühnern auf der Schulter zu sehen bist. Falken auf dem Arm, mit einem unmöglichen orangefarbenen Spraytan, wo ich mir auch so dachte, wer hat ihm das denn angetan? Diese Veneers, alles ist einfach, alles ist so drüber. Es gibt Matthias Brand in so vielen Situationen, wo man schon auch so ein bisschen so Wolf of Wall Street Momente hat und gleichzeitig irgendwelche VersicherungsvertreterInnen Ausflüge sieht, weißt du, die so als Incentives einfach komplett wahnsinnig sind. Alles das ist da drin und ich dachte, meine Güte, was passiert denn da alles? Ich dachte so, Junge, was macht er da? Du hast so einen Bock gehabt, einfach mal komplett durchzudrehen, oder? Wie er auch aufwacht in diesem Karnevalskostüm. Mit der Strumpfhose. Mit der Strumpfhose. Da rumläuft, dachte ich, meine Güte. Ja, die Strumpfhose. Ja, das war ja das Karnevalskostüm. Natürlich. Das war eine ganz große Geschichte natürlich, weil das musste geliehen werden, da musste ein Prinz gefunden werden, der sein Kostüm zur Verfügung stellt. Und das ist ja bei denen... Heilig. Ja, total. Da kam dann Lothar II., das war, glaube ich, zur persönlichen Übergabe des Kostüms. Und der kam aus Düsseldorf angefahren mit Pressesprecher und dann wurde das Ornat übergeben. Richtig, mit Fotos und... Handshake. Handshake, ja. Und dann hat er mir noch gesagt, Herr Brand, Strumpfhose habe ich neu gekauft. Und das war die Strumpfhose. Geil. Also wer Matthias Brand in diesem Setting erleben möchte, dem sei King of Stones hundertprozentig nahegelegt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir in diesem Wahnsinn zuzugucken, weil du dich so auf den eingelassen hast, lieber Matthias. Und weil du dich da hast so reinfallen lassen. Er ist der Chef. Ja, der Papa ist ein Prinz. Ariane! Magnus Kramer. Visionary Innovator. Tycoon. Oder kurz, der CEO von Cable Cash. Die ersten 40 Jahre seines Lebens war er ein Verlierer. Die zweiten 40 Jahre hat er sich vorgenommen, ein Gewinner zu sein. Schaut ihn euch an. Geil, oder? Nicht gerade der CEO, den man im Vorstand eines deutschen Finanzdienstleisters vermutet. Aber neben CEOs seiner Generation, die Autos oder riesige Penisraketen ins All schießen, wirkt er doch eigentlich ganz normal. Er plant mit Cable Cash den größten Börsengang der deutschen Geschichten. Und er sucht seine Frau Ariane. Ariane! So, jetzt lass uns, lieber Matthias, doch mal über diesen Magnus A. Kramer sprechen. Was ist das für ein Kerl? Was ist das für ein Typ? Und wie hast du den gefunden, als du das erste Mal seinen Part gelesen hast? Also das fertige Drehbuch habe ich tatsächlich erst in den Händen gehalten, als wir schon eine Reihe von Vorgesprächen geführt haben. Und deshalb war so die Findung oder Anbahnung oder der Weg zu dieser Figur hin ein etwas längerer sogar. Das Projekt, ich hörte davon relativ kurzfristig, ein halbes Jahr, glaube ich, vor Drehbeginn, was bei so einem Unternehmen kurz ist. Dann trat der Regisseur Jan Bonny, mit dem ich sehr viel und sehr regelmäßig schon zusammengearbeitet habe, an mich heran, dass er so eine Geschichte plant mit der Produktionsfirma BTF in Köln, die sehr interessant sind und mit denen ich sehr gerne gearbeitet habe und die sehr spannende Sachen gemacht haben in den letzten Jahren. Und das fand ich alles sehr vielversprechend und die Rolle, die mir da angeboten wurde, fand ich auf Anhieb total interessant, auch weil sie ja eher ungewöhnlich ist für mich. Ich spiele nicht oft solche Geschichten. Aber was mir sofort eingeleuchtet hat, war diese ganze Welt der Finanzen, da kann ich etwas genauer vielleicht gleich von erzählen, mir ja eine total Fremde ist, eine total Unverständliche. Und ich habe sofort gedacht, die einzige Möglichkeit für mich, mich damit zu beschäftigen, ist die der Komödie, weil ich das auch in der Realität bei allen dramatischen Folgen, die das für Einzelne hat, immer als vollkommen skurriles Theater mitbekomme, was ich da erlebe. Und insofern war das erstmal für mich ein sympathischer Ansatz und ein verständlicher Ansatz, sich so einer Thematik zu nähern. Aber das heißt, du wusstest sofort, wie du den anlegen willst. Also das heißt, du hast das gelesen und hattest sofort eine Vorstellung davon, wie du den spielen möchtest, weil es sich gar nicht anders ergeben hat? Nee, das ist bei mir aber nie so. Also ich weiß das vorher. Ich gehe eigentlich, egal was ich mache, das kannst du dir gar nicht vorstellen, mit was für einer Ratlosigkeit ich zum ersten Drehtag gehe. Weil ich da, nee, ich gehe da wirklich hin und habe nicht die geringste Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann fängt man halt einfach an. Aber da sind Schauspieler sehr unterschiedlich. Das ist eben meine Disposition. Was ja nicht heißt, dass ich mich nicht damit beschäftigt hätte vorher oder mir Dinge überlegt hätte. Aber das ist ja eine sehr extreme Figur, die aus gutem Grund übrigens auch im Rheinland angesiedelt ist. Die hätte wahrscheinlich, würde die Geschichte jetzt in Hamburg spielen oder in Frankfurt oder in München. Sieht schon wieder anders aus. Das ist ein sehr spezieller, lauter, übergriffiger, aufdringlicher Menschentypus, mit dem wir da zu tun haben. Und das hat mir aber große Freude gemacht, mich damit zu beschäftigen, weil mir natürlich auch der eine oder andere davon schon mal begegnet ist. Das kann man ja dann immer ganz schön abarbeiten und verewigen in so einer Geschichte. Du spielst diesen Magnus Akramar mit falschen Zähnen. Er zieht sehr oft eine überdimensionale Sonnenbrille auf, neigt zum Grunzen, wenn er lacht, hat auch nichts dagegen, im Fahrstuhl mal zu pupsen. Also das ist schon ein irrer Charakter, der einem aber umso sympathischer wird, wenn man in Rückblenden erzählt bekommt, wie der noch vor 10, 12 Jahren war. Nämlich ein kleiner Controller, ein kleiner Buchhalter, der sehr verschüchtert in einem Konferenzraum saß und dann auf einmal diese große Chance gewittert hat. Ich könnte doch ein Finanzunternehmen übernehmen, um aufzusteigen. Und dass man diesen Magnus Akramar nicht für ein Komplett-Arschloch hält, die ganzen sechs Folgen durch, lag dir diese Lesart oder diese Art, ihn zu sehen, auch am Herzen? Naja, ich glaube, also das fällt ja nicht so wahnsinnig leicht, den jetzt ins Herz zu schließen. Das nicht, nee. Das gebe ich zu. Insofern war dieser Rückblick, diese Rückblende, die fand ich schon ganz wichtig und interessant, nicht um besser dazustehen, sondern ich glaube, dass dieser Charakter des Aufsteigers oder des Parvenus sich eben daraus auch ganz schön erklären lässt. Ja, also das ist ja auch immer Kompensation, die da stattfindet in diesem großkotzigen Auftreten. Es sei denn, man ist da schon reingeboren. Das sind dann schon wieder ganz andere Leute. Also der wird ja auch relativ zu Anfang, glaube ich, schon benannt. Das ist jemand, der 40 Jahre lang auf die Rübe gekriegt hat und sich in dem Moment vornimmt, dass es jetzt für die nächsten 40 Jahre andersrum laufen soll. Und das fand ich erstmal einen einleuchtenden Vorgang. Ich finde, ich möchte über eine Szene sprechen mit dir, wo ich tatsächlich Magnus Akramer komplett ins Herz geschlossen habe. Schlussendlich, nämlich in der sechsten Folge gibt es eine große Auseinandersetzung zwischen dir und dem Charakter von Joachim Kohl. Joachim Kohl ist dein Schwiegervater und gleichzeitig auch der Vater einer Moderatorin, einer Talkshow. Und der sieht Magnus Akramer, also dich, als genau diesen neureichen Parvenu, als den du ihm geschildert hast. Und dann kommt es hinter den Kulissen dieser Talkshow zu einer Auseinandersetzung, wo du Joachim Kohl mit einem Blumenstrauß haust. Das ist die schönste Schlägerei, die ich jemals gesehen habe. Diese Ohrfeigen. Das war so schön. Das war so toll. Ich dachte, so möchte ich mich auch mal prügeln mit irgendjemandem. Und da war alles klar. Wir haben uns auch Mühe gegeben. Ja, das sieht man auch. Und da war aber so klar, dass all die Demütigungen, die deine Figur über all die Jahre erfahren hat, die musste jetzt mal raus. Und da hat man ihn so ins Herz geschlossen. Gerade auch im Gegensatz zu dem Charakter, den Joachim Kohl da spielt, der halt wirklich ein unfassbares Arschloch und ein richtiger Unsympath ist. Wie hast du diese Szene in Erinnerung? Naja, wenn man so will, ist das ja altes Geld gegen neues Geld. Genau. Der Kampf, der da stattfindet. Und wenn man sich dazwischen entscheiden müsste, ist wahrscheinlich das neue Geld dann immer noch angenehmer oder sympathischer, weil es nicht so eine hermetische Welt ist. Sondern weil man das immer noch versteht, wie jemand dazu kommt, so zu sein. Und das andere spielt ja auf einem anderen Planeten diese Geld- und Adelswelt, die da einem gezeigt wird. Ach, das war schön. Joachim und ich kennen uns ja schon sehr lange und haben auch schon viel miteinander gespielt. Er ist den Schritt gegangen, meinen Schwiegervater zu spielen, obwohl wir ja altersmäßig nicht so weit auseinander sind. Das rechne ich ihm hoch an. Aber es war ein großer Spaß, weil das ist ja schauspielerisch einfach schön, sowas machen zu können. Ich fand auch, weil du gerade gesagt hast, es geht da so ein bisschen auch um altes Geld und neues Geld. Es wird ja auch immer wieder, das ist immer wieder ein Thema in dieser Serie, weil ja Magnus Arkhammer irgendwie sich nicht sehnlicher wünscht, als irgendwie dazuzugehören oder irgendjemandem irgendwas zu beweisen. Und es gelingt ihm aber nicht so recht, weil nämlich die soziale Durchlässigkeit in Deutschland, ja natürlich, das wissen wir auch, ist so, ist sehr, sehr gering. Also auch wenn man es jetzt so mit anderen Industrieländern vergleicht und so, wo man sich ja durch Bildung und was auch immer tatsächlich in eine wirklich andere Schicht hinaufarbeiten kann, ist das ja in Deutschland eher schwer. Und es tat einem dann schon auch manchmal leid, ihm dabei zuzugucken, wie er da so rein will und es irgendwie ihm nicht gelingt. Und er ist ja auch so ein bisschen, er ist ja auch so tapsig, so klug er auch im Umgang mit anderen Menschen, also mit seinen MitarbeiterInnen und so weiter zum Beispiel ist. So patzig und tollpatschig ist er, wenn es um diese höhere Schicht geht, in die er nicht reinkommt. Und das fand ich auch immer irgendwie so spannend, ihm dabei zuzugucken, wie es ihm einfach nicht gelingen möchte. So, aber ich meine, das ist ja letztlich so eine RTL-2-Figur, wenn du so willst. Also wenn er mal, mal gucken, was aus ihm wird, wenn er verdrängt wird von der Firmenspitze. Aber das ist ja, also dieses Buhlen um Anerkennung, das gibt es ja auch andernorts zu beobachten. Und das ist natürlich, ich habe damit immer Probleme, wenn das im Realen zur Schau gestellt wird, weil ich das nicht mag und weil ich mir immer nicht ganz sicher bin, ob, also ich bin immer erstaunt, sagen wir es mal so, wozu Menschen bereit sind, um im Fernsehen auftreten zu dürfen. Aber, ja, ja, das ist dieses sich zeigen wollen und dazugehören wollen, das ist schon ein starker Motor, wahrscheinlich der stärkste Motor dieser Figur überhaupt. Das stimmt schon. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass du dich dieser Figur nicht angenähert hast, indem du wirklich reale Vorbilder genommen hast, sondern dass du im Laufe deines Lebens immer mal wieder schaust, beobachtest, wie Leute in bestimmten Situationen reagieren und das quasi in einen Werkzeugkasten packst, um es dann bei Bedarf rausholen zu können. Was hast du für Magnus Akramer aus dem Werkzeugkasten rausgeholt? Naja, also dieser Typ männlicher Führungsfigur, sage ich mal, oder sich selbst als solcher betrachtender Mann, davon sind mir natürlich diverse begegnet in meinem Leben. Und wenn man selber eine andere Vorstellung hat vom Umgang mit seinen Mitmenschen, dann ist das natürlich, woran man sich reibt und was man sich merkt. Und wenn du jetzt so einen Beruf hast wie ich, dann merkst du dir Sachen sehr genau und holst die bei Bedarf hervor. Also ich glaube, so hat sich das dann eher zusammengebaut, weil du das erwähnt hast mit dem realen Vorbild. Das ist eigentlich so gar nicht immer meine Herangehensweise. Ich bewundere das sehr, wenn Kollegen das können, so eine Art von sehr präziser Imitationsschauspielerei zu betreiben. Ich kann das gar nicht so. Aber da sind eben die Arbeitsweisen sehr verschieden. Und das, was du dann eben zitiert hast, das meine ich schon auch so. Für mich ist das immer ein bisschen so, als wenn ich die ganze Zeit mit so einem Schleppnetz durch die Gegend fahre. Und da bleiben irgendwelche Sachen drin hängen. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, das kommt mir zugute. Und wenn dann so eine Aufgabe kommt, dann gucke ich in dieses Schleppnetz rein und gucke, was da so drin rumliegt und bastle mir daraus was zusammen. So ungefähr würde ich das bildlich beschreiben, den Vorgang. Ja, also das ist dann eher was Phänotypisches, was mich da dran interessiert. Und das ist ja ein, zwar überspitzter, aber ein Typus, der zumindest jetzt in der Zeit meines Lebens doch die Gesellschaft auch sehr dominiert hat und bestimmt hat. Wie gesagt, das ist auf die Spitze getrieben. Aber ich bin solchen Leuten begegnet und zwar nicht nur einmal, die genau so waren. Selbst wenn uns das jetzt in diesem Kontext extrem vorkommt. Aber die Realität ist ja auch extrem. Ja, aber das, also ich finde das schon lohnend, sich mit denen zu beschäftigen. In dem Fall vor allen Dingen ist die Realität ja wirklich extrem, weil King of Strongs ja durchaus von ähnlichen Fällen inspiriert wurde, sagen wir jetzt mal so. Ganz besonders vom großen Wirecard-Skandal. Der ist im Juni 2020 aufgeflogen, also vor zwei Jahren. Und du hast vorhin schon gesagt, dass dir diese Bankwelt eigentlich sehr fremd ist. Hast du dich damals mit diesem Fall irgendwie beschäftigt? Und gab es irgendwas, was dich an diesem Thema interessiert hat? Oder ist das irgendwas, was man sich so anguckt und denkt so, wow, wie ist sowas möglich? Und dann zieht es aber auch weiter. Nee, mich hat das schon interessiert, weil ich bin ja ein politisch interessierter Mensch. Aber es gibt einen großen Anteil daran, den ich nicht verstehe und vielleicht auch nicht verstehen will. Also an dieser Welt, an diesen Mechanismen, die da ablaufen. Und das heißt natürlich nicht, dass ich sowas ignoriere. Und es gibt ja verschiedene Ebenen da. Ich kann ja eine politische Auswirkung von so einem Vorgang beurteilen und eine Meinung dazu haben, ohne mit den Einzelheiten des Finanzmarkts vertraut zu sein. Das geht ja. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Und in dem Zusammenhang ist mir auch nochmal klar geworden, dass wir ja, also ich kenne ja noch eine Zeit, wo einfach diese ganze Welt gar nicht so eine Bedeutung hatte. Das ist also alleine schon der Vorgang, dass irgendwann mal eine Sendung eingeführt wurde. Die hieß dann Börse vor acht. Ja. Das ist ja eine politische Entscheidung, den Leuten zu suggerieren, das ist jetzt für jeden von euch so wichtig wie der Wetterbericht. Ja, dass ihr jeden Tag die Börsen-News hört. Wenn du auf der anderen Seite sagen musst, ich glaube, wenn hier 80 Millionen Menschen leben, 79 Millionen davon, berührt das jetzt nicht unmittelbar, wie sich die Börse heute entwickelt hat. Und da wird aber so eine Wichtigkeit behauptet. Und diese Welt bekam auf einmal so eine Dimension, als ob wir uns damit ständig zu beschäftigen hätten. Gewissermaßen parallel zur politischen Welt, wenn man so will. Das wurde so nahezu gleichberechtigt nebeneinander gesetzt, was wahrscheinlich der Realität auch entspricht in Hinsicht auf Macht, die ausgeübt wird. Aber es war erstmal, so kommt es mir im Nachhinein vor, eine politisch gewollte Setzung. Und der entziehe ich mich in gewisser Weise bis heute, weil ich dieser Welt für mein Leben nicht den Raum geben will, den sie beansprucht. Das ist natürlich in gewisser Weise lächerlich, weil ich kann ja daran gar nichts ändern. Aber für mein Leben dann doch vielleicht schon im gewissen Rahmen. Jetzt ist es ja so, dass diese Welt, die du beschrieben hast und gerade auch dieser Wirecard-Skandal, weil man kann das natürlich im Fiktionalisierten auf mehreren Ebenen erzählen oder besser gesagt auf mehreren Arten. Du kannst ein Drama draus machen, du kannst ein Krimi draus machen wahrscheinlich sogar auch. Diese Entscheidung daraus, eine absurde Komödie zu machen, ist die am Ende komplett die richtige und vielleicht auch die einzig sinnvolle? Das weiß ich nicht, weil ich glaube, dass es für jede dieser Herangehensweisen gute Gründe gibt. Für mich, mir leuchtete diese Herangehensweise sofort ein, weil ich das mal interessant fand, Leuten dabei zuzugucken in so einer überspitzten Form auch durchaus, die ständig mit was hantieren, wovon sie selber gar nicht so richtig wissen, ob es existiert oder nicht. Und das ist ja, glaube ich, auch der Vorgang. Also da wird ja dauernd mit Geld und mit irgendwelchen Größen gehandelt. Von denen weiß dann aber zwischendurch wieder keiner, ob es die überhaupt gibt oder wo die sind. Also das spielt in so einer komischen luftleeren Blase, bewegt aber wahnsinnig viel. Und diese Diskrepanz, dass das in der Realität aber so massive Auswirkungen hat, aber keiner so richtig weiß, worum es eigentlich geht, die fand ich spannend. Und die ist, das ist natürlich per se ja schon mal eine Komödie. Das ist ja, wenn man das so beschreibt, eigentlich eine Komödie. Wenn es nicht, gut, dann kannst du auf der anderen Seite sagen, es hat ja brutale Auswirkungen. Leute haben wahnsinnig viel arme Leute, die gedacht haben, wenn du jetzt mal Wirecard betrachtest, sie können da irgendwie eine halbwegs vernünftige Rente mit erwirtschaften, indem sie in diese Papiere da investieren. Was uns ja immer geraten wird, dass wir das tun sollen, dass wir uns darum selber zu kümmern haben. Für die hat das natürlich schon brutale Auswirkungen. Weil das ihnen in Börse vor Acht erzählt worden ist, das müsst ihr machen. Weil dann steht ihr gut da. Also was dann die Ebene der sogenannten normalen Leute angeht, da wird es ja immer nur brutal. Für die anderen ist es ja nicht brutal. Es wird ja auch nicht so wirklich, zumindest jetzt in dieser Staffel, nicht so wirklich brutal für Kramer. Also für den wird es ja auch noch nicht so richtig brutal, abgesehen davon, dass er vielleicht doch das eine oder andere, ich sag mal, Awakening hat. Und vor allen Dingen irgendwie auch, dass ich das Gefühl hatte, dass es ihm da auch immer um seine Frau auch ging. Die er bei allem Schein und bei allem Glitzer tatsächlich, die scheint ihm wichtig zu sein. Und erst als die ihm so ein bisschen den Spiegel vorhält, merkt er vielleicht auch ein bisschen was. Aber ich hatte einen oder zwei persönliche Lieblingsmomente. Und die haben, das wird Matthias, dich lieber Matthias, wird das nicht überraschen. Die hatten mit Musik zu tun. Und zwar hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich einmal in einer Serie Matthias Brandt beim Singen eines DJ Khaled-Songs erleben würde. Weil das ist einer... Ich auch nicht. Matthias, ich glaube so, er singt DJ Khaled, ich kann es nicht glauben. Und der Refrain, den du singst, der wird ja von T-Pain, einem meiner absoluten Lieblings-Autotune-Künstler, gesungen. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can't ever... Hast du, lieber Matthias, vielleicht auch deine Liebe für T-Pain in diesem Augenblick entdecken können? Das nur nebenbei aus einem ganz persönlichen Interesse getrieben. Weil ich habe mich in dem Augenblick so ein bisschen in diesen Magnus A. Kramer verliebt, leider. Und ganz am Schluss, als er das dann eben nochmal zitiert, And they stay there, da dachte ich so, ja, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Jetzt bin ich auch diesem Personenkult verfallen, dem ich ja eigentlich nicht verfallen möchte. Und eigentlich von dem ich mich... Also dieser Typ, Mann, auch diese toxische Männlichkeit, die der da die ganze Zeit zur Schau stellt, hat nicht bei mir funktioniert. Und am Ende dachte ich, DJ Khaled hat es gemacht. Ja, super Song natürlich. Oder? Ja, ja, klar. Aber das... Also wie gesagt, man verblüht sich ja manchmal selber. Das war meine Aufgabenstellung, schlicht und ergreifend. Man hinterfragt das ja dann nicht so. Und also ich mochte den Song vorher. Danach brauchte ich erstmal eine Zeit. Ja, weil so ein Drehtag ist ja so. Also man wird dann morgens um 6.30 Uhr in so einen Club in Düsseldorf gesteckt. Ja, und zwar nicht... Und zwar nachdem man um 5 Uhr aufgestanden ist. Und dann hört man erstmal ungefähr 34 Mal diesen Song, weil es eben so oft gedreht wird. Und dann hat man auch erstmal genug davon. Aber ich bin... Nee, ich mochte das schon sehr. Ich fand das auch angemessen und schön und lustig. Und die Showrunner, also Philipp Kiesbohrer und Matthias Mummann von BTF sind ja, das kann man ja auch bei ihren anderen Arbeiten beobachten, unheimlich sorgfältig, was Musik ausgeht und haben eine große Affinität dazu. Und das mag ich sehr. Und es war halt auch in dem Fall sehr präzise ausgesucht und eingesetzt. Wie war die Arbeit für dich mit Philipp und Matthias von der BTF? Also du hast schon über Jan Bonny gesprochen, den Regisseur, den du kanntest und wo es auch ein Vertrauensverhältnis gibt. Aber jetzt diese zwei Menschen, die mit der BTF tolles Fernsehen machen, die Werbung auch machen und die mit How to Sell Drugs online fast, auch schon eine deutsche Serie gemacht haben, die auch visuell sehr bestechend war. Wie war diese Zusammenarbeit mit dieser Art der Herangehensweise von Dreharbeiten? Ach, das war... Ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Weil das ist ja eine sehr junge Firma. Und da muss man ja erstmal... Bin ich ja dann froh, dass die mich da dabei haben wollen, weil ich komme da natürlich erstmal hin und bin irgendwie doppelt so alt wie alle, die da rumlaufen. Und das könnte ja auch zu einer gewissen Befangenheit führen, was aber überhaupt nicht so ist. Und mir gefällt das total, wie die das machen, muss ich sagen. Weil es einfach auch weg ist von der irgendwie Bresigkeit, die diese Vorgänge ja auch haben können. Und die Wege sind sehr kurz und man kommuniziert sehr schnell. Es ist ein großes Durcheinander oft. Das ist der Preis dafür. Aber ich habe grundsätzlich nichts gegen Durcheinander. Nur wenn es eben Dinge bremst, dann ist es doof. Aber ich glaube, bevor ich diese Arbeit gemacht habe, war ich so ein bisschen müde, was bestimmte Abläufe angingen jetzt bei Filmproduktionen oder Fernsehproduktionen. Weil ich dachte, da geht so viel Energie auch oft verloren in Bürokratie. Und das ist halt in dem Fall überhaupt nicht so. Manchmal braucht man ja so einen Impuls von außen, dass man sieht, nee, da kommen jetzt einfach auch Leute, die machen das ganz anders. Und es geht auch ganz anders. Wir haben ja hier immer so ein bisschen so eine Neigung so zu tun, als wären solche Prozesse nur so möglich, wie wir uns die ausgedacht haben hier in diesem Land. Und deshalb, ich habe zum Beispiel auch immer gerne in anderen Ländern gearbeitet, weil einfach schon mal aus dem Grund, weil man sieht, nee, man kann das auch ganz anders machen und das geht auch. Es ist nicht nur unsere vielleicht etwas buchhalterische Art, auf die man das betreiben kann. Und das, ja. Aber das ist jetzt eher so etwas Atmosphärisches, was ich da beschreibe. Ich glaube, dass das wirklich sehr interessante und kreative Leute sind und dass von denen echt noch viel zu erwarten ist. Jetzt war es auch sehr interessant, dich zusammen mit deinem Kollegen Thomas Schubert zu sehen, der Felix Amann spielt, also eigentlich dein Gegenspieler. Gleichzeitig habt ihr beide euch eigentlich eure Karriere zu verdanken, weil ihr euch vor zwölf Jahren kennengelernt habt. Und ihr musstet jetzt quasi auch diese Backstory ja spielen, im Zusammenspiel miteinander. Wie war die Arbeit mit dem jungen Kollegen Schubert für dich? Sehr schön. Also sowohl mit Thomas Schubert als auch mit vielen anderen Kollegen, denen ich zum ersten Mal begegnet bin. Das sind ja doch die allermeisten. Thomas kannte ich noch nicht persönlich vorher, kannte ihn aber aus einem Film von Jan Bonny, den ich vor zwei, drei Jahren gesehen habe, der heißt Wintermärchen. Und da hat er mich sehr beeindruckt. Und deswegen habe ich mich auch schon sehr gefreut, als ich dann wusste, dass er das spielt. Trotzdem ist man sich ja nicht so sicher. Man muss das dann tatsächlich immer erstmal rauskriegen, wie man so miteinander funktioniert. Und manchmal ist dieses, dass man jemanden sehr mag oder sehr schätzt, sogar ein Hindernis, weil man nicht mit der... Ja, also das kann auch schon wieder eine Einschränkung sein, sagen wir mal so. Aber wir waren... Wir sind sehr gut klargekommen von Anfang an. Und das ist eigentlich mit dem so miteinander spielen, das ist so wie... Das gibt es auf allen möglichen Ebenen. Das gibt es auch, keine Ahnung, wenn man Fußball spielt oder so, dann weiß ich das auch nach einer halben Minute, ob ich mit jemandem klarkomme oder nicht, weil man den einfach versteht. Das ist ja eher so... Im idealen Fall ist es so, dass ich weiß, was jemand macht, ohne dass ich hingucken muss. Ich weiß, der steht hinter mir und ich weiß, was der macht und kann darauf reagieren. Und dann ist es natürlich schön. Und wir waren neugierig aufeinander und wir hatten große Freude aneinander. Und ich habe mich auf jeden Tag gefreut, wo ich mit ihm spielen konnte. Also man merkt euch beiden und den Szenen mit euch beiden tatsächlich auch diese Spielfreude sehr an. Also dass euch das einfach auch unfassbar viel Spaß gemacht hat, das zu spielen. Wie ist denn das jetzt mit dir, Matthias, wenn du ja auch selber vorhin gesagt hast, dass du natürlich Komödie auf diese Art und Weise noch nicht so kanntest, also noch nicht so in dieser Intensität und auch vielleicht in dieser Länge gespielt hast. Ist damit dann jetzt so ein Haken für dich auf deiner Bucketlist? Und was ist denn da jetzt sonst noch so auf deiner Bucketlist? In Sachen Genre oder in Sachen Erzählweise, wo du dir denkst, guck mal, das möchte ich auch auf jeden Fall noch machen. Naja, das ist natürlich für mich so, da ich, bevor ich überhaupt mal vor eine Kamera getreten bin, habe ich ja sehr lange Theater gespielt ausschließlich. Und für einen Theaterschauspieler ist das ja immer noch mal anders, weil du natürlich alle Genres auch ausprobierst. Und da habe ich sehr viel Komödie gemacht. Insofern ist das für mich alles nicht so was Neues. Aber ich glaube, dass das für mich nicht funktioniert, das so zu betrachten. Ich habe das eine Zeit lang, als ich so mit der Drehreihe anfing, habe ich gedacht, man müsse jetzt sich da einen Plan machen und nach und nach Dinge eben abarbeiten. Funktioniert alles überhaupt nicht. Alles, was ich in meinem Leben geplant habe, glaube ich, fast sagen zu können, hat nicht funktioniert. Und alles, was ich so auf mich habe zukommen lassen, nicht im Sinne von Fatalismus, aber das ist ja dann eher so, dass man offen ist für das, was einem da jetzt gerade widerfährt oder vorbeiläuft oder darauf wartet, dass man mal hingeht und nachguckt. Das war dann irgendwie gut. Und insofern hatte ich mir da vorher auch gar keine großen Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt mal gerne Komödie spielen würde. Das war so. Sondern es kam halt zu dem Zeitpunkt, vielleicht hat es einen Grund, dass es jetzt ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt kam. Das weiß ich nicht, ist aber auch müßig, darüber nachzudenken. Und ich glaube, so werde ich das schlicht und ergreifend auch weitermachen. Also mal gucken, was kommt. Ich habe wenig Interesse, mich da einzuschränken oder irgendeine Sache zu verschließen. Das fände ich jetzt blöd, weil ich bin ja nicht jetzt beschäftigt, irgendein Image aufzubauen oder zu bewahren. Wenn das mein Interesse wäre, würde ich wahrscheinlich planerischer vorgehen. Aber das hat mich nie so interessiert. Ging auf Stonks ist ja als Miniserie angelegt, also sechs Episoden und dann Feierabend. Allerdings nach Sichtung aller sechs Episoden, auch nach dem Finale würde ich sagen, da ist nicht nur ein Türchen, da ist eine Tür auch offen, um diese Geschichte weiterzuerzählen. Ein Riesentor, ja. Matthias, hättest du Interesse und Lust, Magnus Akramer auch noch in deiner zweiten Staffel King of Stonks zu spielen? Ja, klar. Also so, das, das, ich finde das auch. Ich finde, dass da, da wäre noch einiges zu erzählen. Zweifelsohne, ich hätte, ja klar. Aber das muss man halt gucken, wie das, wenn, wenn, wenn alle anderen auch dazu Lust haben, dann wird es dazu kommen. Und ich würde mich freuen, zumindest. Dazu muss man aber dann logischerweise erstmal King of Stonks die erste Staffel schauen. Ab 6. Juli, das ist der kommende Mittwoch, ab 6. Juli auf Netflix verfügbar. In diesem Sinne, Matthias Brand, vielen, vielen, vielen Dank fürs, ja, wie sagt man, vorbeikommen geht ja nicht, wir sind ja remote gerade, fürs Einschalten vielleicht, fürs Dasein. Ja, ich weiß auch nicht, ich dürfte nicht fragen, wie man das nennt. Ich danke auch, vielen, vielen, vielen Dank. Ein schönes Gespräch, es hat mir Freude gemacht. Uns auch. Uns auch. Vielen Dank für deine Zeit, können wir sagen. Das können wir auf jeden Fall sagen. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Matthias. So, gleichfalls. Danke, ja, bis dann. Das war es nun aber wirklich mit der dritten Staffel des Netflix-Woche-Podcasts. Ja, und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was so die Veröffentlichung der Woche angeht, was Infos und Hintergründe angeht, der sollte unbedingt in unseren Sommerferien regelmäßig auf Netflix-Woche.de vorbeischauen. Wir werden es natürlich auch machen. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Feedback auch vor allen Dingen. Danke. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.